Wenn du in unserer Umgebung nicht abbaust, weil das halt einfach schön zur Landschaft noch gehört. Mag ich nicht so. Das ist alles Sand. Ah, das ist ein Schattenpark. Da vorne ist Lehm, okay. Ähm, zuerst Holzfern hier. So, einen grossen Baum. Das ist richtig cool, das plug in Treefeller. Was bringt das? Ich weiss jetzt nicht, ob es Treefeller ist oder das andere. Wir haben zwei drauf, Treefeller und Free Assist. Eins macht, dass man, wenn man einen Stamm abkloppt, alle vom Stamm abfeilt. Aber das ist der Timber-Mod, ist das? Ja, aber der Timber-Mod kann man nicht auf dem Server machen. Dann habe ich den, das plug in Tree Assist und die, äh, Treefeller. Ja. Ist das okay, wenn ich hier zu bau? Hä? Was wo? Die Mine, hinter unserem Haus. Ja, ja, klar. Oder wollen wir dann noch? Nein, nein, ich mache dann in den Berg eine Mine. Okay. Hast du noch eine Mossai, ne? Ich habe gerade einen dabei, aber ich bin weit weg. Ja, dann passt das. Ja, das las ich so. Ähm, die Aprikoko-Bäume, die zwei hohen Büsche, die kannst du so lassen in dieser Welt, weil wir, ja, Pokemon auch mal fangen in der Vanille, also in der normalen Welt. Aha, das ist wieder aufgeholt, okay. Hm. Ich mache die Farm, äh, direkt, also hinter unserem Haus. Genau da hinter. Ja, pfff. Habe ich jetzt nichts zu gegen. Ja, besser für mich. Spass. Hm. Spass. Kannst du es durch? Also wenn das Let's Play gut ankommt, kann ich gerne mehr machen. Ich habe einfach andere Projekte noch, aber ich werde schauen, dass ich dann Minecraft bevorzuge. Und, ja. Mal schauen dann, ja. Also eben, ich bin sehr interaktiv. Wenn ihr Sachen wollt, dann, und auch viele wollen, vor allem, werde ich die natürlich immer bevorzugen und auch umsetzen. Und der Jihad hilft mir dabei. Auf jeden Fall, der ja, wenn du es sagen willst. Ich komme nicht. Ich würde mich auch freuen, wenn ich in die Kommentare schreibe, wie ich einkomme. Ankomme, wie ich einkomme. Du hast ein Einkommen, aber du kommst nicht an. Immer Geld für Gangster, für Kanacken. 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 Spacken. Ihr seid so Kanacken, ihr Spacken. Nein. Nicht ihr. Die Schweine. Ich habe die Schweine markiert. Das waren die Schweine. Die kille ich jetzt dafür. Ähm, wie gesagt, aber ich möchte bitte, dass eine Person nicht kommentiert. Das wäre der Emodamm. Ja, ja. Ja, 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 ja. Der macht damit wahrscheinlich. Machst du damit nicht. Wird egal, aber. Emodamm, pass auf. Deine Cousins wissen, wie ich wohne. Na, Spaß. Alles cool, ne? Ja. Ja, kein Stress anfangen, okay? Nein, nein, nein. Entschuldigung. Wir können geteilt aufnehmen, ja. Aber bitte nicht irgendwie einen anderen benachteiligen. Befummeln. Oder befummeln. Oh, ja. Da ist eine Schlucht. Ja, die Minimap ist halt jetzt wieder anders, weil die wird die ganze Zeit wieder resettet auf die Eingangsstellung und pfff. Ja. Kann ich leider nichts dafür. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt mal so verpackt, ich bin jetzt in den Weizen-Verrand. Äh, verrand, Junge, Alter. Erstmal selber eine Backe für... Verrand. Hm. Auf jeden Fall, ich bin selber in den Weizen-Verrand und das jetzt halt ein Weg. Ja, dann machst du es ja wieder hin. Lol, das ist gar keine Schlucht. Ich habe nur ein Eisenerz. Ey, guck mal, wie viel Eisen ich habe. Ja, guck mal, ich bin weit weg. Wie viel hast du gesammelt? Du? Wie viel habe ich gesammelt? Deinen Stack habe ich gesammelt. Ich habe... Ha, ich habe einen Stack und eins. Ja, ich habe auch einen Stack und eins, aber ich habe vieles halt verbraucht für die Spitzhacken und so. Also sag nichts. Bei mir kannst du nicht angeben. Ich gebe immer zurück. Ja, okay. Ja, weil halt ein Negatives gebe ich dann zurück. So, ähm, ja, ich sollte eigentlich eher wieder zurückkommen. Oh, cooler Dschungel. Der ist mal geil. Der hat es so auf einem Berg. Überall kleine Säelchen und ein geiler Fluss. Also, seltsafter Minimap. Der hat richtig coole Form. Der ist auch irgendwie realistisch. Also, er schlängelt sich so ein wenig. Ja, habe ich auch immer eine Einzelspiele, aber richtig geil. Und hier hat es Berge sogar am Fluss. Richtiger. Also, wir müssen jetzt hier irgendwo über das Ding. Ein Schoko Scharf. Hallo. Das wäre ein bisschen rassistisch. Hallo. Hallo, Brownie. So rassistisch. Ein Brownie ist ein, 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 ein... Ja, ja, weißt du schon. ...Ding. Eine Süßigkeit. Gebäck. Ein Gebäck, genau. Also, ich bin ein Rassist gegen die Brownies. Ich beleidige das Essen. Ja, ja, ich bin ein Rassist gegen die Brownies. Ah, ja, Kühe zum Schlachten. Ich habe mal kurz was, was? Etwas Eisenherz. Ja, ich habe in der Truhe, aber ich kann sie dir nicht öffnen. Na, ich weine ja nur. Ähm, Video Settings, Quality, Connected Texturen, Custom Sky, Custom Colors, ist dann, also unterstützt es nicht. Kann ich noch ein bisschen anmachen. Ähm, Bitmap mache ich nicht so gerne an, weil es wird relativ unschauf in der Ferne, sonst. Ähm, ich sehe auch, so ohne Bitmap, die Entfernungstextur und sehr gut, da brauche ich das nicht. Und wahrscheinlich im Video seht ihr das danach. aber eben die Qualität sinkt hat, wegen dem Video ein bisschen. Weil YouTube so scheisse Player hat. Ich bin auf dem Weg, ich bin schon in der Wüste. Na, nicht jetzt, man, passt schon. Ich bin aber auf dem Weg nach Hause. Ich will auch mal wieder bauen. Okay. So, aber kurz was trinken. Ich schalte mich auch kurz rum und trinke was. So. Ähm, ich müsste ihm da noch sagen, es stört nicht so viel. Es gehört zu einem Let's Player dazu. Ein Let's Player ist kein Moderator. Der muss nicht die ganze Zeit schneiden oder so, wie ein Moderator. Ich verstehe es wirklich nicht, dass manche Let's Player meinen, sie müssen extrem sensibel auf alles achten und so. und denken, äh, Let's Player ist ein Profiberuf oder so. Also wirklich, manche Let's Player denken, sie müssten wirklich perfekt sein, um Let's Player zu sein, gut bekannt und erfolgreich zu sein. Ich habe jetzt auch nicht die perfekte Stimme, rede auch nicht ganz so, äh, deutlich und so. Machst du's denn? Okay, dann tu nichts halt. Ähm, ja, ich meine einfach, ähm, klar. Dass du schwul bist. Es ist klar, dass manche Zuschauer sehr sensibel sind und nur das Beste wollen, so. Aber, ich will einfach mal eine Community haben, die auch etwas machen. Also, was ich dazu sagen kann, ist, ähm, du hast auf jeden Fall schon recht damit, aber das Ding ist, je größer, desto wirst, desto, präziser oder profihafter müssen deine Videos sein, meine ich, weißt du? Ja, aber man will ich eigentlich auch Erfolg haben, damit man sich auch verbessert. Halt, stopp, jetzt rede ich. Guck, zum Beispiel, das darfst du gar nicht machen, egal, auch wenn du nur 10 Abonnenten hast. Ja, 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 meine Abonnenten haben eine Lizenz. Sie müssen mich rübsen hören, damit sie meine Videos schauen können. Nein, Scherz. Nein, nein, das ist, so etwas mache ich immer wieder und die Abonnenten hatten noch nie etwas dagegen. Das ist doch etwas, das ist doch etwas cooles. Ja, rübsen ist aber 18, genau. Rübsen ist doch etwas cooles. Ja, der kann noch 40 mal rein. Das, das muss es sein, das muss es sein, die Kohlensäure musste mit einem riesen säufzt rauskommen. Apropos furzen, hattest du schon mal in deinem ganzen Leben Blähungen? Ich habe ja nicht so viele Blähungen gehabt in meinem Leben. Wie oft ungefähr? Naja, weiß nicht. Ich habe durch meine Krankheit auch weniger Gas im Körper und habe dadurch weniger Blähungen und muss weniger furzen. wenn, dann kommt es oben wieder raus und nicht unten. Okay. Lol, hier ist ein Gräbelturm. Ah, der kommt von hier ganz oben. Manchmal hat der Editor schon ein paar Fails. Und vor allem Java hat mehrere Fails, wie zum Beispiel der Berg dort hinten. Hat sich einfach mal in Luft aufgelöst. Ja, die Sichtwert ist leider auch noch nicht so ganz hoch. Naja, ich habe zu wenig FPS jetzt durch die Anti-Aliasing. Naja, jetzt habe ich wieder 30 vor, habe ich 20 gehabt. Ich weiß es nicht. Richtig geile das Server hier. Dankeschön, ich gebe mir sehr Mühe. Achso, auf jeden Fall, kommt auf den Server nicht. Ja, wir können uns ja alle befreunden und gegen den Drago-Buster kämpfen. Genau, also ich bin dann das Opfer und ja. Nennt Spaß. Ich könnte mich irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie der Befehl heißt, in ein Schweinchen verwandeln und ihr kloppt mit einer, oder ihr lockt mich in eine Falle mit einer Angelrute, mit einer Karotte dran. Okay, jetzt über 3 jetzt. Okay, das ist ja schon fast 60. Okay, wenn wir 50 Leute auf dem Server haben, einfach einmal, 50, also am besten, zu allererst, also das erste Mal 50 Leute auf dem Server haben, werde ich mich in ein Schwein verwandeln und G-Hard wird mich köden. Oh, wie geil. Oh. Mama, komm auf dem Server. Nee, schade. Mama, du kannst doch gut Minecraft spielen. Komm bitte auf den Server, du weißt ja, wie es geht. Du bist die Oberpromo-Uti. Okay, auf jeden Fall, man. Ich bin schon drauf. Er meint das echt, na, so ist echt behindert mit dem Kopf, er meint das wirklich ernst. Deswegen kommen wir auf den Server. Denn wenn ihr kommt, wird der schlauer. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. So, ich habe so viele Sachen, oh Gott. Schatzi, schenk mir ein Foto. Hey, hey, hey. Sorry, falls ich es falsch gesungen habe. Ich bin kein Schlagerprofi, ich bin erst ein Rapper. Rapper. Rap deine Mutti. Rappen für Deppen. Rappen für Deppen. Rappen für Deppen. Auf jeden Fall. Wird meine nächste Punch rein? Ich wollte den Eimer in den Ofen tun, ging aber nicht. Was denn? Ich habe falsch geklickt, ich wollte die Porchjob reintun und habe auf den Eimer geklickt. Also, wenn das jetzt nicht gut ist oder das oder das komm mal bitte, was ist am Weizen gut? Warte. Ich brauch schon Schatzi. Wahrscheinlich das Gelbe. Warte. Da ist gar nichts gut. Sind die noch nicht live? Nein. Sind gerade an der zweiten Phase, die müssen noch zweit sein.